Hallo und Willkommen zu Rayman Legends und wir sagen Ente gut alles gut tut tut der war der war echt gut nein Arschloch okay jetzt weiß ich aber gar nicht was alles gefehlt hat Looms ja das ist schon klar dass wir hier gefehlt haben aber welche haben gefehlt hier wird immer kurz hier den einen da der fünfte auch gott ich hab ich das war das level ja ich hasse das level eigentlich und diese welt ich mag die auch nicht ja so hatte Murphy oder auch seit einem genannt ja sehr gut Murphy time good time warte jetzt okay alles klar so ja und durch ich kümmere mich um den ja warte jetzt das haben wir nicht oh gott pass auf ja ich komme auch sofort hier danke moment da war einer den hatten aber gleich schon warte warte ach nee ich kann keine attacke vorbereiten hatte ja die haben wir alle schon das wissen wir auch schon ach so ich war dahinter ja du wirst dahinter hier oben war was hatten wir da schon ja eigentlich im grunde hatten wir schon machen wir mal Just for fun nein wegen den Looms wir machen nicht Just for fun so warte oder waren wir da zu langsam nee nee das war was anders jetzt gehen wir durch ach so und jetzt kommen wir hier hinten so und jetzt lassen wir es hier runter wenn es hier runter ist gehen wir hier wow hier rauf okay alles klar hier kinder so macht man es vorbildhaft nicht so wie letztens wie wir wo wir ein paar mal gefällt haben ein paar mal ist unertrieben aber ist ja auch egal so wir gehen weiter was macht das not das war da scheiße münze nehmen wir alles mit alles wird mitgenommen so so nein nein komm hoch ja ich komm sicher ist sicher oh gott da hast du aber mal wieder wobei warte mal okay obwohl wenn du springst könnte ich dich vielleicht mal hoch hallo ich will hoch ja kannst du doch bei dem mal gehen wir hier hoch hat uns wahrscheinlich eh nix gebracht kann das sein weiß nicht nein oh gott der fehler vom letzten mal ja den haben wir uns befreit ich habe mich gerettet geschickt aus der effekt möchtest du mal schlagen ich sollte mal öfter aufpassen solltest du auf jeden fall und dein herz wir haben schon voll wenig gefangenen gefunden oder naja voll wenig ist jetzt relativ da war einer den hat man aber antriebsbonus antriebsbonus wo komm hallo ne ach so hier kommen wir durch wir sind gerade ein bisschen ruhiger weil wir versuchen mal anständig zu spielen ok war da was nein ich warte ich warte gott ok na komm und runter da müssen wir eigentlich gar nicht warte vielleicht war da was versteckt da ist der eine der ja sorry da war unser letzter gesuchter typ da war dein selbstmord und da war dein mord ja leute das normale spielen hat gerade aufgehört ne wir warten da mal ja lol murphy du kommst doch raus du kommst untenrum wobei da waren wir ja auch schon also wie jetzt untenrum ja ne wir waren ja schon wir haben ja schon alle restlichen ach da war auch noch einer versteckt lol äh befreie mich mal ich bin warte mal lol befreie mich ich bin drüben und du auch gut wir haben herz ok hier nach unten hier nach unten oh gott hier ist eine münze da bin ich gestorben scheiße da bin ich schon wieder gestorben ja ich hatte sie jetzt zum schluss alter da da riecht eine auf da bin ich gestorben danke ok schnell schaffst du es noch nö wieso nein nö wieso nein ok tot 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 und murphy schnell ja spring ok und wir haben sogar die 600 wir haben die 600 haben wir auch mal wieder gar nicht lang gebraucht dafür aber unser hot chicken run 2 ja das ist ja schon der zweite gewesen ja schlimmer und zur zweite hot chicken run ok soviel dazu faule früchtchen da fehlen uns ein versteckter und der vorletzte alles klar und gut arschloch warte nein ok da ist der erste hier oben vielleicht ne da war glaube ich nix achja gut gut hier ist die tröte hier ist die tröte ja hier ist die tröte nein da bin ich drauf gegangen komplett würdest du mich erstmal wieder beleben komm ja hier bin ich die ganze zeit so dann bin ich wieder drauf gegangen macht ja nix rein glowbox rein da war ein versteckter ne ist nicht versteckter ja also halt ja mehr oder minder versteckt moment was nein wir können das war gelogen dass ich da hin will da waren da ist nämlich das versteck hier ach ne den haben wir ja schon ach ja das ist der erste ok dann gehen wir mal da rein du schlag mich es verlangt sonst immer nur gar keiner von mir sch Mode next try und extra du bist irgendwie lang kann das sein okay da ist ja schon wieder ich nehme alles zurück vielleicht ist hilfreich klein zu sein vielleicht aber nicht doch wir müssen klein sein moment meinst du nicht da oben ist was nee kann nicht sein da kommst du ja gar nicht hoch okay gehen wir weiter aber hier war was hier war was aber das war der erste versteckte so oder so und rot ja ich merke schon moment ok jetzt können wir weiter das war immer wieder klasse verdammt ich glaube du bist tot kann das sein nein vielleicht ich weiß noch nicht recht mehr da kannst du kannst weiter rein hast nicht die löcher gesehen welche löcher ja da war ich schon drin ach so damals die meinst wo die raupen rauskommen ja ja okay war da unten was das habe ich nicht glaube ich das letzte mal schon gefragt wenn ich bin tot soll ich noch runter kommt wie wäre es denn damit unser zweites versteck gehen einfach rechts ja da haben wir nämlich unser zweites versteck ja die frau ist warte mal würdest du mich befreien nein warte mal warte mal kann die kannst du mich da hochwerfen hier hier hoch in die tote ja komm her warte die ist glaube ich für die kleinen damit die groß werden weil wenn man da oben sieht geht es glasenmäßig von oben nach unten warte mal nein ja und da haben wir den geheim entdeckt jetzt noch der vorletzte oder äh ja der vorletzte dürfte sein sorry da bin ich ein bisschen voraus geeilt bamos aleb okay ähm der vorletzte ja ja da war ich schon drin aufpassen mit den spitzen hm hab ich schon kennen gelernt okay Ok. Da oben ist ein Leben. Ich habe ein Leben. Ja, aber ich... Achso, wir beide haben uns. Ah lol, das war die Kacke. Nein! Warte, warte, warte! Ja, ich wollte ja nicht. Das kam alles so plötzlich. Ja, ja. Die Sprüche kenne ich schon. Alter, da oben ist eine Münze auf jeden Fall. Oben rechts. Die haben wir bestimmt auch gesehen. Komm, ich bin hier raus. Rechts. Rechts oben. Aber ich weiß nicht, ob unten auch noch was war. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob unten auch noch was war. Hm, deswegen... Hm, ja, wir laufen weiter. Ey, was Verstecktes kann es ja nicht mal sein. Ja, aber ein offensichtlicher. Na komm, geh rein. Achso. Würdest du dich auch klein machen? Dann kannst du immerhin auf den Sachen hier laufen. Ich bin klein genug. Warte mal, ich will mal schauen. Da oben haben wir ja noch einen. Ja, wie viele ist das jetzt? Acht mal drauf. Das war nämlich schon der letzte. Okay, dann gehen wir mal zurück. Weil wir haben trotzdem was gesehen. Ja. Oh, ich weiß nicht. Das war ein Herz. Danke. Bist du da? Gib doch mal Gas. Anstatt nur hier im waschen zu laufen. Ich glaub nämlich hier unten müsste dann auch noch was sein. Einfach an der Wand runtersliden lassen Okay Nein, das war nix Ja, wo ist der aber dann? Die Frage Nein, 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 nein Tot Ist der hier? Wo ist der letzte? Ne, der vorletzte Hier kann er nicht sein Okay, der muss n... Wo bist du? Oben Wie oben? Oh, oben Ja, dann komm runter Ich glaube, wir sind an dem vorbeigelaufen dann Sequenz Neustarten Ja, es wird nix bringen, weil da vorne ein Checkpoint war bestimmt Wir können es probieren Wir probieren jetzt mal Sequenz Neustarten Siehst du, da war der Checkpoint Und dann kommst du nur noch groß raus Oh, 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 oh Schnell Genau, schön, wir beide am anderen Nein, da bin ich gestorben Nein, da bin ich gestorben Geh mal rüber Da oben ist nix mehr, glaube ich nicht Hier bin ich Danke Ja, schau mal her Ich versuche hier mit meinem Allradantrieb durchzukommen Und, klappt's? Nein Ähm, hallo? Ich hab's zu spät gesehen Nee, du hasst mich Wie? Ach, das war die Scheiße, lol Hallo Renn einfach durch Fuck, äh, wieder einen übersehen Aber dafür den einen noch gefunden Ja, wir haben den einen gefunden Immerhin etwas, ja Ja, bin ich mir her nicht warsch Und so Haben wir nicht mit das 600 geschafft? Aber auch wieder knapp dran Ja Mal gucken, was bleibt denn jetzt eigentlich noch so in dem Level Also hier fehlt uns einer, das ist klar Und dann natürlich die Goldmarke So, hier, bei der Ja, Heimsuchung Ja, und hier drin, bei Estelia Ja, hallo, geh rein Ich komm nicht rein Da haben wir alles Ja, da haben wir alles Also uns fehlt hier einer Dann beim Heimgesuchten Spy Bei der Und sonst haben wir alles Ja, sonst haben wir alles Nee, 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 nee Hier, da fehlt noch was Beim letzten Beim Guitarrero Und bei der hier Wer ist die Boxluna? Nein Das war das, das war das, äh, ja Das Level danach Okay, da haben wir auch alles Ja, Selena außerdem Ja, da haben wir auch alles Okay, also es stehen noch eine Handvoll Die wir im nächsten Part dann versuchen Irgendwie dann noch, äh, zu finden Und, äh, wer weiß, ne Wo die sein werden Mal gucken Bis dahin macht's gut Jo, habt's Schönen Tag, Leute Bis zum nächsten Mal Ciao Tschüss 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 Vielen Dank.